Heute ist der 7. Dezember und dann mache ich auch direkt diesmal mit rechts das siebte Türchen auf hier, die es vielleicht lieber mit links machen sollen. Und ich mache es auch mit links, wenn ich da auch rankomme. Und heute gibt es einen Schlitten. Und den baue ich jetzt erstmal auf. Das ist also der Schlitten und den finde ich tatsächlich gar nicht mal so uncool. Ich würde ihn vielleicht ein bisschen anders bauen tatsächlich, sodass die Kufen auch auf dem Boden sind und entsprechend das Ganze ein bisschen höher gesetzt ist, sodass es auch auf den Spuren ist und nicht darüber. Aber den fände ich, ich glaube, abgesehen vom Kamin und dem Lebkuchenhaus dieses Jahr bisher am coolsten. Dann noch einen schönen Tag.